Servus Leute, Kernölmediziner ist wieder da, wieder am Start mit einer weiteren Folge der Kanalvorstellungen mit dem Titel Ich stelle deinen Kanal ins Rampenlicht. Ihr könnt euch natürlich weiterhin bewerben, auch die, die sich schon beworben haben und die noch immer keine Rückmeldung bekommen haben, bewerbt euch bitte noch einmal, es ist so unübersichtlich geworden, aber ich habe wieder einen herausgenommen und den will ich euch jetzt vorstellen. Nämlich, er hat gemeint, er schmeißt sich dazu und er gibt sich Mühe mit Schnitt und da schauen wir jetzt mal rein bei diesem jungen Mann, denn er heißt, er heißt Fledder. Der liebe Fledder hat einen tollen Kanal, aus seinem Bild bestehend mit PlayerUnknowned Battleground, CSGO und Left4Ted2. Ja, das könnte noch ein bisschen ausbaufähig sein, denn ich finde dein Profilbild toller, besser. Ja, und was ich noch entdeckt habe bei dir, was ist BlazeTV? Vielleicht schreibst du mir das in den Kanälen, in meinem Kanal noch rein oder unter deinem Video, aber ich sehe es, da wirst du wahrscheinlich nebenbei ein paar Videos hochladen. Dann, ja, du hast 37 Abonnenten, ich muss dich noch abonnieren, das habe ich nur nicht gemacht, das habe ich deabonniert, weil ich deinen Kanaltrailer sehen wollte. Und den schauen wir jetzt mal an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, das beenden wir ganz kurz. Der Kanaltrailer ist nicht schlecht und empfohlen. Ich werde bei den vielen auch vorbeischauen. Ja, jetzt schauen wir mal in deine Kanalinfo, denn dein Kanaltrailer war schon mal sehr interessant. Da sieht man wenigstens, was du machst. Du bist am 29.07.2009 beigetreten, hast aber erst 2017 im Juni angefangen. Herzlich willkommen auf meinem Gamer-Kanal. Mein Name ist Fledder und auf meinem Kanal könnt ihr mir beim Spielen zuschauen in verschiedenen Formaten. Mal als Let's Play, Highlights oder was mir mit mir euch sonst noch so gefallen könnte. Abonniert mich einfach und zusammen werden wir viel Spaß haben. Ich bin auch offen für Vorschläge und Verbesserungen oder Wünsche. Es steht auch noch viel in Planung mit Ausbau vom Kanal. Dafür zähle ich auf eure Unterstützung, deine Unterstützung. Weitere Spiele folgen. Dankeschön, euer Fledder. Ja, vielleicht solltest du mit Livestreams beginnen auf Twitch. Das würde noch fehlen. Schauen wir noch einmal da rein. Ah, WM zum Start. Dude, die... Interessant wäre zu wissen, spielst du auf der Xbox oder auf dem PC PlayerUnknown's Battlegrounds, denn ich spiele, wenn es jetzt auf die Playstation 4 auch noch rauskommt, auf allen drei Plattformen, weil ich es liebe. Schreib es mir unbedingt in diesem Video unter die Kommentare. Ähm, ja, und die Wüste Squad Chicken Dinner. Schauen wir mal da rein, vielleicht redest du ja auch. Da hattest du drei Stück? Ja, ja, weiß ich. Und du redest. Wenn ich jetzt guter Sniper schütze, vielleicht werde ich die abballern. Drei Stück und wir drei sind sechs. Äh, Posten sind Schüsse. Gänge am Baum. Kevin, snipst du die ab, oder was? Ich schieße ins Kreis. Wo bist du? Wo ist die Tür? Ich war gegen die Mauer, wenn ich leben kann. Oh, oh. Ja, geil. 7-62 Muni, aber keine Waffe dazu. Ja, ich bin noch ganz am Anfang. Ich tue mich total schwer, äh, vor allem am PC. Und, ja, schauen wir mal rein. Noch einmal Webseite haben wir nicht. Ja, lieber Fledder, die Playlist schauen wir noch an. Kommen wir da jetzt noch rauf, auf die Playlist. Du hast das ganz klasse untergeteilt in Kanaltrailer Live4Ted2. Da wäre es eh gestanden, dann wäre es mir auch eingefallen. Ja, hast du ganz gut gemacht. Ich finde deinen Kanal top. Top, liebe Leute, liebe Zuschauer, abonniert auch seinen Kanal, unterstützt ihn. Er wird euch ganz sicher auch unterstützen. Ja, dann abonnieren wir noch schnell die anderen hier mit einem kleinen Abo. Als Dankeschön, dass du hier dich beworben hast. Freut mich, dass ich dich unterstützen darf. Ich werde jetzt öfters mal bei deinen Videos reinschauen, indem ich hier diese Glocke aktiviere. Speichern, ja, nicht, jetzt hat es gespeichert. Ja, jetzt ist die Glocke auch aktiviert, damit ich ja nichts mehr von dir verpasse. Ja, und in diesem Sinne, lieber Fledder, sage ich, du machst deinen Kanal echt super. Ein paar kleine Baustellen hast du noch, wie zum Beispiel dein Titelbild ein bisschen verbessern. Du willst ja sicherlich mehr Let's Plays machen, beziehungsweise mehr Let's Plays machen, außer den dreien. Und da mach einfach Fledder mit deinem Löwen rein oder Fledder und darüber ein Löwengesicht oder dahinter ein Löwengesicht, ohne dass hier irgendwelche Spiele auftauchen. Ich habe das auch so gemacht und du kannst dir auch noch dann einfügen, Twitter und Facebook und wo du, wo, auf welchen sozialen Netzwerken eben du noch unterwegs bist. Ja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lieber Fledder, mach weiter so, bleib am Ball und ich unterstütze dich gerne. In diesem Sinne, bewerbt euch wieder fest. Ihr seid ein tolles Team, ihr seid ein tolles Kernöl-Team und wenn jemand mit mir zocken will, einfach in die Kommentare schreiben. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.